Bilder von Bildern von Bildern von Bildern nannte der Künstler Franz Gertsch seine Werke. Wie in Europa kaum ein anderer Künstler hat er mit seinen überdimensionalen, fotografisch exakt und mit technischer Raffinesse gemalten Rasterbildern den Hyperrealismus mitbegründet. Aus beinahe lebensgroßen Diaprojektionen von scheinbar banalen Schnappschüssen entwickelte Gertsch seine Gemälde alltäglicher Szenen von Freunden, Bekannten am Strand, im Badezimmer, auf der Straße und überführte deren Formen in phosphorisierende Farbwerte, tauchte sie in ein transparentes Licht. Was da in aufwendigster Malweise mit feinsten Pinseln entstand, waren illusionistisch überhöhte Zeitdokumente, einerseits verblüffend in ihrer fotografisch genauen Wiedergabe einer scheinbaren Wirklichkeit, andererseits entlarvend in ihrer malerisch minimal manipulierten Reproduktion. Franz Gertsch wird 1930 in Bern in der Schweiz geboren. Bereits während seiner Schulzeit zeichnet und malt er intensiv, betreibt darüber hinaus im Privaten mit den Büchern der elterlichen Bibliothek ein ganz persönliches Kunststudium. Nach der von ihm als quälend empfundenen Schulzeit wird er von 1947 bis 1952 von Max Rudolf von Mühlenden und Hans Schwarzenbach privat ausgebildet. Die anschließenden Kurse an der Berner Kunstgewerbeschule schwänzt der junge Künstler indes meistens. Nach dem Abschluss seiner Studien experimentiert Gertsch zunächst mit verschiedenen Techniken und Themen, malt und aquarelliert, zeichnet und befasst sich besonders intensiv mit dem Holz- und Linolschnitt. Bereits 1950, Gertsch ist gerade 20 Jahre alt, erscheint sein Künstlerbuch »This und Weit« mit 32 linearen Holzschnitten. 1953 folgt »Ein Sommer« mit 14 Holzschnitten sowie mit Lyrik von Gertsch. Bis 1967 veröffentlicht er noch drei weitere Künstlerbücher, die zahlreiche seiner Druckgrafiken sammeln und bündeln. Ab der Mitte der 1960er Jahre erlebt Gertsch den aus den USA nach Europa vordringenden, für seine weitere Arbeit entscheidenden Einfluss der Popart mit ihren kräftigen Farben, einfachen Formen und der immer wieder ironisierenden Auseinandersetzung mit Kunst und Gesellschaft der Gegenwart. Zwischen 1964 und 1969 entstehen unter dem Eindruck der Arbeiten von Robert Rauschenberg, Klaas Oldenburg und Andy Warhol auf Fotovorlagen basierende, flächige Hard-Edge-Collagen aus Papieren in kräftigen Farben, deren vereinfachte Formensprache Gertsch dann auch auf seine Malerei überträgt. Zugleich bleibt er aber den traditionellen Drucktechniken treu, arbeitet parallel an Grafiken und Zeichnungen. Malerisch findet Gertsch im Fotorealismus zu einem sehr persönlichen Stil. Das Bild Hua bezeichnet er selbst als Werk Nummer eins. Die den ab 1969 entstehenden Gemälden zugrunde liegenden selbst erstellten fotografischen Vorlagen überträgt der Künstler mit äußerster Präzision als Diaprojektionen auf großformatige Leinwände. Die entstehenden Werke sind dabei jedoch weit mehr als nachgemalte Vorlagen, mehr als bloße Imitationen von Fotografien. Sie zeigen vielmehr eine intensive Auseinandersetzung mit Licht, Farbe und Oberflächenstrukturen in einer malerischen Brillanz und Virtuosität, die in ihrer bildnerischen und emotionalen Kraft beeindruckt. In der zeitgenössischen Kunst der 1970er wirkten die bis zur Täuschung mimetischen, den Anschein der Natur imitierenden Werke dabei beinahe schon provokativ, hatte sich die Kunst doch von eben dieser nachahmenden Darstellungsweise eigentlich kontinuierlich distanziert. Als das großformatige Medici 1972 auf der Documenta 5 in Kassel gezeigt wird, macht es Gertsch schlagartig berühmt, katapultiert ihn unversehens als europäische Variante in die Avantgarde der dort ebenfalls ausstellenden US-amerikanischen Fotorealisten wie Chuck Close oder Richard McLean hinein. Das Werk zeigt eine Gruppe von fünf langhaarigen jungen Männern. Alles Freunde des Künstlers, die sich entspannt lachend auf die warnend-rot-weiße Latte einer Bauabsperrung stützen. Mit der historischen Florentiner Herrscherfamilie hat das Werk indes außer dem Titel schlichtweg gar nichts zu tun. Vielmehr gehörte der Bauzaun der Firma Medici aus Luzern und stand vor dem dortigen Kunstmuseum. Es handelt sich um eines der ersten fotorealistischen Bilder von Gertsch, das den Ton für seine spätere künstlerische Entwicklung setzte. Teil einer Serie von fünf Bildern ist Patti Smith Five, ein Porträt der US-amerikanischen Punkmusikerin und Lyrikerin aus dem Jahr 1979. Das überlebensgroße Gemälde zeigt sie in einer eindringlichen, beinahe meditativ wirkenden Körperhaltung. In der Darstellung Smiths offenbart Gertsch zum einen seine Faszination für die Popkultur der 1970er Jahre, zum anderen erforscht er noch eindringlicher als zuvor malerisch die Oberflächenstrukturen von Haut und Kleidung. In den 1980er Jahren vollzieht Gertsch eine deutliche stilistische Wende und beginnt, sich abermals intensiv mit der Technik des Holzschnitts auseinanderzusetzen. Der Wechsel von der Malerei zur druckgrafischen Arbeit markiert eine neue Phase in seinem Schaffen. Gertsch nutzt das Medium, um großformatige und erstaunlich detailgetreue Drucke von technischer Brillanz und Präzision zu schaffen. Er nutzt hierbei eine dem Weißlinienschnitt verwandte Arbeitsweise, die mithilfe zahlloser kleiner Schnitte als Lichtpunkte den Rastereffekt im Zeitungsdruck emittiert. Dies ermöglicht es Gertsch, statt der traditionell flächenhaften Wirkung auch im mehrfarbigen Druck eine enorme plastische Wirkung der Grafiken zu erzielen, indem er zarte Übergänge von Licht und Schatten erzeugt. Charakteristisches Beispiel der Holzschnittperiode ist Gräser 1, in dem Gertschs Fähigkeit, die Natur in all ihren Details und Strukturen zu erfassen und abzubilden, erkennbar wird. Der Druck zeigt ausschnitthaft die Detailaufnahme von Gräsern und offenbart dabei deren komplexe Strukturen und Texturen. In den 2000er Jahren kehrt Franz Gertsch schaffender Fokus zur Malerei zurück. Er bleibt dabei aber der Natur als Motiv treu, nimmt malerisch auch das Motiv der Gräser wieder auf. So entsteht als Spätwerk der monumentale Zyklus Vier Jahreszeiten, bestehend aus vier großformatigen Gemälden, die den Wechsel der Jahreszeiten in der Natur zeigen, die verkraftstrotzenden Knospen des Frühlings oder die welkenden Blätter des Herbstes. Der in der Tradition des barocken und romantischen Memento Mori stehende Zyklus ist beispielhaft für Gerts Streben danach, ebenso wie er es in den Gruppenporträts der 1970er getan hatte, Zeit und die damit einhergehende Veränderung als Ausdruck der eigenen Vergänglichkeit bildlich erfahrbar zu machen. Franz Gertsch stirbt am 21. Dezember 2022. Sein letztes vollendetes Werk, Schwarzwasser, zeigt ausschnitthaft einen lebendig über Steine dahinsprudelnden Bach. Es ist ausschließlich mit einem Pigment aus der Erde seines Heimatortes Rüschek gemalt. Der Erde, in der er wenig später begraben werden sollte. Das beinahe zweieinhalb mal dreieinhalb Meter große Marina Schmink-Luciano ist Teil einer aus fünf Werken bestehenden Bilderserie, deren fotografische Vorlagen vor, während und nach einer der legendären, rauschenden und berauschten Partys im Haus des Schweizer Malers, Grafikers, Fotografen und Musikers Luciano Castelli entstanden. Castelli, eine Schlüsselfigur der Schweizer Bohème und der künstlerischen Avantgarde, ist, neben Patti Smith, der wichtigste Protagonist in Gerts Gemälden aus den 70er Jahren. Im beschaulichen Luzern hatte Castelli inmitten einer eher biederen Villengegend eine Wohngemeinschaft gegründet, deren wilder, exzessiver Lebensstil den Jugendlichen auf- und Umbruch der 1970er Jahre verkörperte und natürlich das bürgerlich geprägte Umfeld wie beabsichtigt provozierte. Die Fotografien, die Franz Gertsch als Vorlage für seine über einen Zeitraum von drei Jahren gemalten Werke dienen, sind Schnappschüsse von Freunden und Gästen, schnell und spontan aufgenommen, ohne Inszenierung, beiläufig und zufällig, nach normalen Maßstäben eigentlich auszusortieren. Aber Gertsch tut dies nicht. Ganz im Gegenteil. Eben diese Unmittelbarkeit der Situation ist es, die ihn reizt. Die über einen Zeitraum von Sekunden, Minuten, wenigen Stunden entstandenen Momentaufnahmen werden ihn allerdings künstlerisch Jahre beschäftigen. Die Flüchtigkeit des fotografischen Moments wird in der monatelangen akribischen Arbeit am gemalten Bild maximal gedehnt. Im ersten Bild der Serie, Gertsch malt nicht alle Szenen in der chronologischen Reihenfolge ihres Entstehens, erblickt der Betrachter links Barbara, in der Mitte Luciano Castelli, sowie rechts Marina. Alle tragen Jacken. Marina und Barbara sind bereits geschminkt und für die Party gekleidet, scheinen gerade ablegen zu wollen. Marinas Blick nach rechts, in den für den Betrachter nicht sichtbaren Raum hinein, suggeriert dabei dort die Anwesenheit weiterer Personen. Die beiden jungen Frauen sind wohl mit dem sich am Boden nach Schallplatten bückenden Luciano angekommen, der in seiner extravaganten Kleidung mit Schlangenlederstiefeln und Pelzmantel, langen Haaren und Make-up in femininer Selbstinszenierung heraussticht. Der Schriftsteller Florian Ilyes nennt das Werk ein Jahrhundertbild. Es sei Gertsch gelungen, wie nebenbei den Inbegriff einer Epoche zu schaffen. Die Szene und ihre Protagonisten suggerierten in der Vorbereitung der fröhlichen Ausschweifung bereits die kommende Ernüchterung, die wir vielleicht in den von der Feier gekennzeichneten Gabi und Luciano oder aber dem allein am von den Spuren der Nacht noch nicht befreiten Küchentisch sitzenden, abgeschminkten und sichtlich müden Gastgeber in Luciano I erblicken. Zwischen Ankunft und Katerstimmung liegen die beiden Bilder Barbara und Gabi, sowie Marina schminkt Luciano. In beiden Szenen war Gertsch mit der Kamera nahe an den Protagonisten. Sie wirken dadurch noch intimer als die übrigen Werke der Serie. In der dynamischen Szene in Barbara und Gabi sehen wir Gabi am Waschbecken stehend, scheinbar ungeduldig nach etwas suchend, während hinter ihr wartend Barbara mit dem zum Tupieren ihrer Haare benutzten Kamm steht und ungeduldig zur Seite blickt. Sie wirkt seltsam gereizt, so als sei sie gerade vom Waschbecken weggeschoben worden, habe in die zweite Reihe treten müssen, um die hektisch anmutende Gabi vorbeizulassen. Ganz anders aber ist die grundlegende Stimmung in Marina schminkt Luciano. Wir sehen zweieinander zugewandte Menschen. Links im Gemälde steht Lucianos Freundin Marina mit zurückgekämmten Haaren. Sie beugt sich über den bereitwillig den Kopf hebenden und so zu ihr hinaufblickenden Luciano, um diesen zu schminken. Ein privater, ein zärtlicher, ein vertrauter Moment, ein letzter Pinselstrich will gesetzt werden, dann ist es vorbei mit der Ruhe. Aufbruch liegt in der Luft. Auf den ersten Blick sind die Geschlechterverhältnisse in der Szene dabei alles andere als eindeutig. Marina wirkt mit ihrer strengen Frisur und dem unter dem Kragen versteckten langen Haar bei einer maskulin, Luciano mit seinen offenen, schulterlangen Haaren und den jugendlich zarten Gesichtszügen wirkt recht feminin. Die Unterscheidung bzw. Zuordnung der Geschlechter wird erschwert durch das auffällig grelle Make-up, das beide tragen. Wangenruche, Lippenstift, Wimperntusche und Lidschatten sowie blaue Augenbrauenfarbe verwischen die erkennbaren Geschlechtertrennungen. Im Kontrast zur glamourösen Erscheinung der beiden Figuren steht die von Spuren des Verfalls gekennzeichnete Umgebung. Der Lack des Fensterrahmens ist vergilbt, die Griffe und Scharniere sind abgenutzt, in der Wand sind Risse erkennbar. Diese Umgebung schafft einen starken Gegensatz zu den kräftigen Farben des Vordergrundes. Trennend stehen die kargen beige-weißen Fliesen des Badezimmers, in dem sich die Szene zuträgt, den leuchtenden Farben der Figuren gegenüber. Kräftiges Weiß, Rot und Blau dominieren so die Anlage des Bildes. Sogar das Brauen der Haare der beiden Protagonisten der Szene strahlt warm im Blitzlicht. Lediglich die die Farben von Kleidung und Schminke aufgreifende Plastiktüte im Hintergrund schafft eine subtile Verbindung der Figuren zu ihrer Umgebung, kontrapunktiert diese mit dem gedämpften beige-weiß des Hintergrundes. Natürlich ist es problematisch, vielleicht streitbar, bei Marina schminkt Luciano von Komposition im klassischen Sinne zu sprechen. Dennoch spricht einiges dafür, dass Franz Gertsch aktiv Einfluss genommen hat auf die Gestaltung der Szene, alleine durch die von ihm gewählte Perspektive und den Bildausschnitt. Wir wissen auch nicht, wie viele verschiedene Bilder er von dieser Situation aufgenommen hat, lediglich, dass er sich ausdrücklich für diese Fotografie als Vorlage entschieden hat. Es erscheint also durchaus legitim, sich auch Gedanken über den Aufbau des Bildes zu machen. So verlaufen die Linien des Hintergrundes überwiegend vertikal. Der Fensterrahmen, die Falten in den spießigen Häkelgardinen, Wasser- und Heizungsrohre, die Fugen der Kacheln, das meandernde dekorative Fliesenband. Fensterrahmen und tiefer Schatten gliedern das Bild im Hintergrund als mittelsenkrechte vertikal in zwei Bildhälften. Aus der Position der Köpfe ergibt sich indes eine subtil wahrnehmbare, beinahe hierarchisch wirkende horizontale Teilung. Durch Kameraposition und Perspektive ergibt sich im Vordergrund ergänzend eine diagonal-symmetrische Bildteilung, die zwischen Marina und Luciano hindurch die Bildfläche teilt. Bemerkenswert und für die Wirkung der Szene prägend ist jedoch die diagonal-gegenläufige virtuelle Blicklinie, die die beiden Figuren deutlich miteinander verbindet. Der Kopf Marinas in gerader Linie ihren Rücken verlängert, ihr gebeugter Arm, die abgewinkelte Hand mit dem Make-up-Pinsel und eben diese Blicklinie schaffen hier so einen intimen, privaten Raum, in dem sich die Gesichter einander beinahe wie zu einem Kuss behutsam annähern. Die Schminksituation als solche ist hier Vorbereitung auf eine Feier mit Freunden, auf der Verkleidung ohne Einschränkung oder Sanktionen akzeptiert wird. Fast wirkt die Szene so wie eine Begegnung des Seienden, hier Marina, mit dem Werdenden, Luciano. Wir werden Zeugen eines Übergangs, eines Schöpfungsaktes im Stil der sich gerade in den USA etablierenden Travestie-Szene der queeren Bewegung. Vielleicht ist es da kein Zufall, dass Marina eine Jacke in Farbe und Muster der Stars and Stripes trägt. Kein anderes Bild der Serie thematisiert wohl so deutlich den Non-Konformismus der Gruppe um Luciano Castelli, ihr Infragestellen von eindeutigen Rollenfestlegungen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017